Herzlich Willkommen bei uns im Autohaus Kirschweiner. Heute zeigen wir euch einmal noch das Minor Challenge bzw. das Facelift von unserem Toyota Yaris Cross. Wir haben hier jetzt einmal die Premier Edition, da zeigen wir euch mal ein paar Neuerungen und auch was das Auto inzwischen so kann. Bei unserem Minor Challenge hat sich nicht viel geändert, aber wir zeigen euch mal was. Wir haben ein neues Felgendesign in der Größe 18 Zoll. Wir haben eine neue Farbe. Hier auch in der Kombination mit einem schwarzen Dach. Gibt es für verschiedene Modelle wählweise, je nachdem was ihr wünscht. Wie erwähnt haben sich weder Maße noch das Innendesign großartig verändert. Das heißt, wir kennen die Rücksitzbank. Unser Kofferraum ist immer noch in der gleichen Größe, aber auch hier haben wir genügend Stauraum, wenn es auch mal etwas weiter weg geht oder mit der Familie in die Reise gehen soll. Wir können unsere Rücksitzbank umklappen, immer noch im 60 zu 40 Verhältnis. Es gibt inzwischen noch ein paar neue Geschenke von Toyota. Mal schauen wie lang. Ich denke mal so lang wie der Vorrat reicht. Das heißt, kommt schnell rein, dann kriegt ihr alles. Die Heckklappe ist elektrisch und dann springen wir mal vorne rein. Denn da gibt es 1-2 Neuerungen. Im Innenraum haben wir zwei Neuerungen. Wir haben einmal ein neues Infotainment System. Jetzt in einer 10,5 Zoll Größe. Finden wir aber immer noch alles genau das drauf. Und das Design des Sitzes hat sich bei ein paar Modellen von innen liegt. Bei der Premier Edition gibt es eigentlich alles. Das Fahrzeug fängt bei 39.600 Euro an. Ihr habt aber von A bis Z alles drin. Wir haben ein 10 Zoll Fahr-Paid-Up-Display mit drin. Wir haben acht Lautsprecher, JBL-Anlage, Sitzheizung, Lenkradheizung, Klima, Konnektivität fürs Handy, alles was das Herz begehrt. Wir sind also heute auf ein paar Änderungen des Minor Changes eingegangen. Allerdings eine wichtige Sache haben wir noch. Und zwar gibt es das Fahrzeug zwar mit dem Motor wie wir ihn kennen, die 1.5 Maschine, voll hybrid, aber jetzt mit 130 PS. Das heißt, wenn man mal ein bisschen schneller fahren will, gibt es nun mal den neuen. Auch hat sich geändert, dass wir die Variante Allrad inzwischen auch beim Team Deutschland einwählen können. Das heißt, wenn ihr vorsorgen möchtet, zum Beispiel für den Winter oder wenn es mal ein bisschen steinigere Wege geht, könnt ihr das inzwischen auch ab dort wählen. Den guten Racker gibt es bei uns ab 40.595 Euro inklusive der Beführungskosten und so wie er hier steht. Und zum Abschluss bleibt folgendes zu sagen, wenn ihr Interesse habt an diesem Fahrzeug oder einer anderen Konfiguration, dann kommt vorbei, meldet euch per Telefon, per E-Mail und wir rechnen euch gerne alle zusammen. Egal ob Warkauf, Leasing oder Finanzierung. Wir können das Ganze so gestalten, dass es im Endeffekt nach euren Bedürfnissen passt. Danke und bis zum nächsten Mal.